Finde den aber nicht einfach. Zu meistern ist er sehr schwer, Lecky One, ja. Aber die Sache ist halt, wenn du als Echo, das werdet ihr kennen, ne, wenn ihr gegen einen Echo mal gespielt habt und der wird fett, einfach diese Kombination draufhüpfen, passive Brocken, also EQ, Auto, ne, und das macht halt zwei Millionen Damage. Und dann hast du immer die Sicherheit mit der Ulti. Der ist halt diese, das ist natürlich, wenn du den wirklich gut machen möchtest, mit den Kuppeln, mit der Ulti, ne, viele kleine Entscheidungen, aber halt, wenn du ins Game kommst, und gerade zum Beispiel im Jungle, im Jungle, finde ich, kommst du halt, manchmal darfst du einfach farmen, dann hast du deinen Nashas Tooth und dann kannst du einfach links und rechts die Leute wohnen hinten und keiner kann was machen dagegen. Wenn du einfach ein bisschen farmen darfst. Mhm. Danke an Iron Boner für den Support. Einen wundervollen. Ja, Chef, würdest du sagen, Victor ist gut für neue Spieler? Äh, in der Regel schon, aber ich glaube, Victor ist aktuell ein bisschen scheiße. Deswegen, äh, vielleicht, vielleicht lieber sowas wie Anivia spielen oder Velcos. Ich glaube, die sind ein bisschen besser von den Stats aktuell. Ich glaube, die sind ein bisschen besser von den Stats gerade. Wait, warum queue ich für Top-Lane und bekomme Mid-Lane? Wait, what? Wait, wie kann man denn nicht Top-Lane kriegen? Haben wir nicht 100% Roll-Accuracy auf dem Top-Lane-Account? Hey, Nova, ich habe angefangen, Akali zu spielen und würde die gerne lernen. Bin von Diamonds 2 nach Gold 1 getraut. Hast du vielleicht Tipps, wie man mit ihr carried? Wait, ich bin leider kein guter Assassinen-Spieler. Äh, Akali ist aktuell eher im schwachen Bereich, außer du baust sehr viel Expertise auf ihr auf. Und du musst mit Akali auf der Lane-Ahead kommen und du musst mit ihr Kills erzeugen und dann deinen Lead auf die Map bekommen. Das ist sehr, 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 sehr schwierig und erfordert einfach sehr viel Training. Ich kann dir da aber nicht wirklich helfen, weil ich selber kein Assassinen-Connoisseur bin. Da kannst du vielleicht mal Sertus fragen zu dem Thema. Danke an Novonix und da kommt Bacheis mit dabei. Dia 2 nach Gold 1, ja, das ist ein relativ weiter Fall, muss man sagen. Das ist der bodenlose Fall. Ab in die Grube, äh. Was ist der beste Weg aufzurenken? Mhm. Äh, nur ein einziger Champion, nur eine einzige Rolle, schauen, dass du mental und physisch auf der Höhe bist, dass du dich wohlfühlst, dass du abliefern kannst, ne, und dann nie auf Fehler von den Teammates schauen. Wenn du leicht reizbar bist, verwende Mute All, ne, schau nur auf dich und deine Fehler, dann verbesserst du dich sehr schnell. Ja, du brauchst das richtige Mindset dafür, ne. Ich spiele mal eine verdeckte Karte, bodenlose Fallgrube. Das war so eine Yu-Gi-Oh! Karte, ne. Irgendwie, wenn du, wenn du einen Minion beschwörst, dann tötest du das oder so, ne. Hit me with your best shot. Und dann tötest du das. Ja, ja. Mindset bekommt man hier bei Nobel genug. Ich versuch's, ne. Ich hab auch manchmal meine Momente, wo ich ein bisschen, wo es mich ein bisschen tiltet, aber das ist, glaub ich, ganz normal. Das haben wir alle mal. Rodia aktuell so unangenehm zu spielen, alles voll mit Smurf-Accounts, die die Streamer snipen wollen. Ja, die großen Streamer sind sehr unter Beschuss aktuell, da kennen sie nichts Gerade jetzt, wo halt die ganzen NA-Streamer da sind, wo Tyler Wund da ist, ist natürlich schon so, dass die Ist natürlich schon so, dass sehr, sehr viele Leute auf der Pirsch sind Wir könnten theoretisch 5 Minuten warten, dann können wir Tyler Wunds Snipe Attempt versuchen Wenn ihr wollt Ich glaube, die finishen gerade Ey, danke an Grassos für den Support Einen wundervollen Okay, ihr koordiniert Ihr sagt mir, wenn ich in Q gehen muss, okay Ihr sagt mir, wenn ich in Q gehen muss Ich verlasse mich voll und ganz auf euch Jetzt, okay Er streamt mit 3 Minuten Delay Was? Dann hätten wir, dann wäre es ja gerade eben die Lobby gewesen, oder nicht? Ja, 3 Minuten Delay? Das ist eine Menge Delay, äh? Okay, Insta-Q-Pop Das kann es dann eigentlich nie sein Das wäre jetzt natürlich sehr, 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 sehr Tötend, wenn es der Die Lobby von gerade eben gewesen wäre Danach wurde ich gerade vom Twitch-Chat getrollt, ja Ist okay Mein Vater und mein Onkel sind circa 2 Meter groß Hast du auch einen Tick, dass du dich bei jeder Tür duks? Ja, habe ich tatsächlich, weil ich schon sehr oft mit meinem Kopf auf einem Türrahmen angestoßen bin Gerade im Urlaub Also in asiatischen Ländern zum Beispiel Ich, ich, mein, mein Kopf Aber ich bräuchte eigentlich einen Helm oder so wenn ich da durchlaufe Ich bin selbst bei mir zu Hause ist eine, eine Decke ist zu niedrig Und deswegen, ich, ich, ich ducke mich mittlerweile bei jeder Türe, ja Automatisch, auch wenn die groß genug ist Ja, danke an Killerbeat und 28ers Viele lieben Dank für den Support Sind Smurfs jetzt eigentlich wirklich verboten oder erlaubt? Smurfs sind, wie, wie kommst du auf wirklich verboten? Smurfs sind nicht verboten Smurfs sind völlig erlaubt Jetzt ist mir einiges klar Ja, warum meinst du, kann ich so viel Leak spielen und so ausdauernd? Warum meinst du, ist das so? Jahrelanges Kopf anstoßen Wie groß bist du denn? Ich bin 1,98 bin ich Also knapp 2 Meter Ich hab schon unterschiedliche Sachen gehört Ja, von wem denn? Also Smurfs ist überall erlaubt, ja Wird heute noch das NNO-Finale gecastet Um 19 Uhr Von Kani und, ich glaube, ich glaube nicht Jagorin Von Kani Danke an den Smoker für den Support Willkommen, willkommen Also, dass Smurfs quasi nur geduldet wird, dass kein ehrenhaftes Verhalten ist Ja, aber, also Du fragst, ist Smurfs verboten? Und dann schreibst du Smurfs ist geduldet Das weißt du Weißt du Also, wenn Smurfs geduldet ist, ist es wahrscheinlich nicht verboten Wie viel Herz hat dein Monitor? Ich glaube 480 Hm, sehr Ja, dann lass uns mal eine schöne Runde Beruhigungs-Playing spielen Haben So Wie bitte? Nein, Spaß Wo sehe ich denn das? Aber der hat, ich glaube 240 hat der, glaube ich Ich weiß nicht, wo sehe ich denn das? Erweiterte Anzeigeeinstellung Äh, erweiterte Anzeigeanstellung Er hat 240 Hertz hat er 240 Das ist vielleicht Pantheon Top, aber kann auch Pantheon-Mitte sein Dachte, heute ist Wind-Challenge Ja, aber die, also Wir haben heute so einen So jemanden dabei, der heißt Tolkien Der will eine Kurze machen Und da dachte ich mir Komm, dann streamst du davor auch Weil sonst ist es ja langweilig, ne? Das ist so ein Lacher-Kandidat Der Kollege Danke, ein Dr. Grasius Für den Support 480 oder 240 Ist das nicht immer Verdoppelung? Ist das nicht immer Verdoppelung? So 30, 60, 120 Also 120 oder 144 Und dann 240 Und dann wäre doch 480 das nächste, oder nicht? Hm, hm Oh, bitte sagen wir, das ist jetzt nicht Oh, wait, das ist actually Heimau-Dinger Top, ich bin blöd Das ist Support-Pantheon Interesting Dann wollen wir doch mal schauen Hier, was wir machen können Mit unseren Düplen, Leute Dann wollen wir doch mal schauen Ne, ich hab zum Beispiel 170 Ah, wieder was gelernt, ey Jetzt hab ich natürlich Amorun gegen den Heimau-Dinger dabei Das ist gar nicht so gut, gell Gibt schon 500 Hertz Für was bräuchte man 500 Hertz? Hm, hm Ist die Wun dabei? Ne Warum hab ich jetzt dafür 9 Gold, mein Recall gestaffelt? Ich vollhorst Was, ihr habt Autos, die 400 kmh fauern Wer braucht das? Naja, Rennfahrer, oder nicht? Wie viel fährt denn so ein Formel-1-Wagen? Hm, hm Wie ist denn dann eigentlich mit, ähm Auf den Autobahnen von Deutschland Wenn du jetzt ein Auto hast, das 400 kmh fahren kannst Dürftest du dann 400 kmh fahren? Also 400 kmh ist auch so schnell Das ist doch ein riesen Gefährdnis Trotzdem für alle Fahrteilnehmer, oder nicht? Inklusive dir selbst Wer wäre das nicht saudumm 400 kmh fahren zu dürfen? Wer hätte kaum handelsübliche Baden können? Machst du schnell fahren, wie du willst Gibt's da keine Obergrenze? Ist das nicht super dumm? Oder bin ich super dumm? Weil, also 400 kmh kann doch kaum ein Auto fahren Das ist doch so gefährlich für alle Teilnehmer Ich mein, wenn, äh, ich mein, klar Die wollen ja, die wollen ja erhalten Dass du halt, äh, unlimitiert fahren kannst Aber wie viel fährt denn ein normaler Wagen? Vielleicht 250 maximal? Warum limitiert man denn da nicht wenigstens auf 200 250, also maximal Geschwindigkeit? Weil das ist ja, also wenn du Also diese Sportwagen Dann macht auch keinen Sinn Wenn du alle anderen, äh, äh, hier Verkehrsteilnehmer einfach in die Pfanne haust Ich bin der Maximalverdiener mit ihrem Porsche Aber was hat man denn auch Ey, gut, du bist schnapp von Punkt A nach Punkt B Nehme ich an Ich bin das nicht nie in meinem Leben Ich war immer so jemand, der Ich hab schön so 5-10 kmh über Richtgeschwindigkeit Das war so meins Als Autofahrer Ja, 5, na? Ja, 5, na? Hm, hm Ja, was ist das, ja? Spaß und Freiheit Okay Wir sollten TP in her, leider Dass wir uns den aufgehoben haben Und sehr, sehr schöne Brucht von mir da Let's go, baby Kann er leider nicht helfen Oh mein Gott Da hab ich meinen Auto gecancelt, leider Ich hab jetzt dann fast meine Ult Sehr schön Wie ist das eigentlich mit der Verkehrssicherheit in Deutschland? Haben wir die meisten Autototen im Vergleich zur Einwohneranzahl? Oder ist unser Fahrtraining so viel besser als in anderen Ländern, dass es nicht so schlimm ist? Oder unsere Infrastruktur Wo stehen wir denn da? Mal B, oder probieren wir den einmal zu ölenen um? Soll ich noch nicht um die 2-1-treppen, na, na? Mit den nächsten 2 Bubbles können wir für ein All-In-Spielen versuchen Die Frucht wär halt nice, aber schaffen wir die noch? Ready for the taking? Maybe Na, Spiff ist zu nah schon am Töt Naja, zum Beispiel in Amerika hast du ja die Waffengesetze, die ja komplett stupid sind, ne? Und dafür haben die ja aber auch die meisten, die meisten Tode mit, mit Schusswaffen, die es überhaupt gibt Und wir haben ja die verrücktesten Autoregeln, oder nicht? In Deutschland Pretty much Wäre es halt interessant zu wissen, ob wir dann auch die meisten Unfälle haben Aber wir sind halt, also Deutschland ist normalerweise halt schon so Was halt Ausbildung und Sicherheit und Infrastruktur gerade auf den Straßen angeht Sind wir schon relativ gut, oder? Das muss man halt fairerweise auch sehen, aber sind wir schon relativ gut Oh na, wo ist Already there Und auch, ich war ja schon an ein paar Flecken der Erde Wenn man so die Fahrregeln und das Fahrverhalten berücksichtigt Dann gibt's da schon mehr, also bei uns ist das schon sehr geordnet, muss man sagen Mit schnellen Autos geht's auch eher um die Klima Ah, okay Okay, okay Ich selber war nie jemand, der schnell gefahren ist Das hat mir nie so was gebracht Ich bin ein sehr langweiliger Typ bisher Lebe gerne Ich lebe sehr, sehr gerne, äh Ich hab noch so viele Videospiele zu spielen in meinem Leben Ich hab noch so viele Videospiele zu spielen Keine Lust schnell zu fahren Was ist das, äh? Jojojoj Böste Wutze machen Satan Mit Essenzion könnt ihr dann immer die Turrets wohnen hinten Und dann könnt ihr die einfach permanent einkäulen, die Bister Du hast das selbe Auto Ich hab, bin früher bin ich gefahren, als ich jünger war Ich hatte einen sehr schlimmen Unfall, wo mich jemand seitlich gerammt hat Und seitdem hab ich ein bisschen Angst am Steuer Ich hab gelegentlich mal das Fahrtraining gemacht vom ADAC Aber Äh 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 Er persönlich Ich hab einfach Angst am Steuer Ich hab einfach Angst Und ich sehe halt tatsächlich aktuell auch nicht wirklich Nutzen für ein Auto, muss ich sagen Also warum ich eins verwenden sollte Weil ich halt alles sehr easy mit dem Fahrrad erreichen kann Mh-mm Niki Danke dir für den Support auch Schön, dass du mit dabei bist Mh-mm Einkauf Mobilität Jaja, ne, für mich Für mich als Privatperson ist es grad nicht wichtig Ich kann schon verstehen, dass für viele Leute ist ja ein Auto Ohne Auto geht ja nicht, ne? Mh-mm mhm Martin mhm zu gegen autofahrer warum sollte ich gegen autofahrer sein ich habe also ich meine unsere moderne welt ist einfach ausgelegt auf autofahren und ohne autofahren erreicht ja nichts wer ist den gegen autofahren irgendwann wenn wir wenn wir im laufe der jahrhunderte kann es auf jeden fall sein dass wir dass wir andere arten der mobilität erschließen mann du siehst ja jetzt in einigen von den von den ländern in einigen von den hauptstädten was du sehen kannst ist ja dass die das ist halt mehr auf auf fahrräder gesetzt wird dass die infrastruktur ausgebaut wird dass du mehr bahn und tram und so das ist was aber unsere aktuelle welt ist ja darauf ausgelegt dass die leute autos haben können und müssen oder nicht man ist halt einfach noch ewig dauern bis sich das ändert jetzt würde ich jetzt sagen ich habe gerade sehr schlecht gespielt im übrigen das war extrem bad für mehr ich hätte das easy überleben können ich werde es ausgelegt weil damit profit gemacht wird ja also ich meine es ist halt also alles was jetzt da ist wurde ja also vor einigen wo man hatten das mit den autos angefangen und mehr hundert oder so und da war es wurde halt dann wurden halt die straßen gemacht und die infrastrukturen gebaut und halt diese moderne welt wurde 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 langsam aber sicher halt aufgebaut und jetzt hast du halt diese strukturen und damit die leute halt sich effizient bewegen können und alles auf der welt funktioniert brauchst du jetzt halt diese art von mobilität ich glaube ich kann das nicht so gut erklären ich habe da einmal einen schönen artikel drüber gelesen aber ich kann das jetzt nicht eins zu eins reproduzieren es tut mir leid um i und und die im im oder im 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 Ich hätte nicht gerne gejoinkt den Ball. Sehr schlecht. Oh nein. Ich sollte jetzt echt mal schauen, dass ich hier ein paar Kills bekomme. Langsamerweise, ja? Weil wir Level 13 sind, wird es halt wesentlich einfacher, den die ganze Zeit zu killen. Aktuell ist es noch schwer. Jetzt lassen wir erstmal das Game fokussieren hier. Please relax. Gehen ruhig, ja? Da ist GP Level 13 so viel stärker, das liegt daran, dass bei GP geht die Decay-Rate seiner Bubbles mit dem Level runter. Das erste Upgrade kriegst du mit Level 7, dann merkst du, dass die Tickrate schneller wird. Und das zweite Upgrade kriegst du dann mit Level 13. Und da bist du dann richtig, richtig strong. Ja, nochmal schnell weg, TBs. Da ist alles bei der Challenge dabei heute. Tolkien, Miki und Sane. Einfach die alte Kombination. Wir dachten, wir machen einen spannenden Sonntag. Wir haben lang keine Wind-Challenge mehr gemacht, also warum nicht? Ich wollte noch ein bisschen League davor reinkriegen. Das Heimer-Solo-Land inzwischen, das kommt immer auf den Gegner an. Gegen Gangplank? Auf jeden Fall, ja. Weil du, weil deine Turrets jetzt gar nichts mehr aushalten. Das heißt, der killt die halt immer, also ich kill die halt immer for free, ne? Hä? Hm-mm. Hm. 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 Tolkien sagt jetzt eben, die Challenge fängt ihm zu spät an. Äh. Nein, der Gruppe hat er noch nicht abgesagt, also ich weiß nicht. Er hat gesagt, er will weniger Spiele, weil es zu spät startet, aber ansonsten? Ja, was ist das? Wie lange denkst du, wie geht die Challenge? Ich glaube, das sind sehr wenige Sachen. Es ist viel Lieb dabei und ansonsten ist es halt nicht so viel, ehrlicherweise. Wir tippen halt zehn Stunden oder so, würde ich tippen. Du bist irgendwann in die Früh. Hätte ich jetzt gesagt. Oh, Ara, vielen lieben Dank dir. Hm, hm. Huh? Das, ne? Was ist das hier? Link, Link, Q, mein Vater. Äh, wait, das ist eigentlich sehr düster, ne? Oh, wenn ich den noch Out-Attack-Q kriege, ist er auch tot. Was noch? Hm, hm. Okay, wo ist das Shield-Bow? Also, Shield-Bow, der ist leider so unglaublich teuer, der Biest, äh. Und was soll das bedeuten, dass ich seinen Vater erschießen soll? Also so deute ich das. Wollen wir mal ganz kurz hier gucken noch in der Gruppe. Ähm. Ja, also so wie es aussieht, müssen wir halt ohne Valorant machen. Ähm. Aber ansonsten steht hier nichts in der Gruppe, nichts Neues, ne? Wir haben dann LOL, wir haben, äh, 4 Wins, Back4Back, wir haben PUBG, 1 Win, wir haben Fortnite, wir haben Fall Guys und wir haben Rocket League dieses Mal. Ich würde doch gerne noch einen Dota-Win reinnehmen. Ich glaube, das wäre lustig. Aber ich, ich glaube, dann müssen wir ohne Tolkien machen. Vielleicht sollten wir einfach eh ohne Tolkien machen dann. Oder? Wenn er eh, wenn er eh keine Lust mehr hat. Hm. Das, hm. Hm, hm. Ja. Wollen wir den Jungs noch gleich schauen, weil wir wollten halt um 18 Uhr erst starten, ne? Äh. Was denkst du denn, was passiert, Kollege? Hä? Was denkst du denn, was ich mir die mache? Hm, hm, hm. Das hier? Das hier? Hm, hm. Wird bei der Liste dann dasselbe bis morgen gehen? Also aus unserer Erfahrung würde ich sagen eher nicht, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? War nicht 16 Uhr geplant? Ja, aber Micky hat das spontan verschoben, weil er noch, also weil er zu spät ins Bett gekommen ist. Hm. Schnell weg to base, ja? Ich sag mal, wenn Micky 18 Uhr sagt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es nicht 18 Uhr ist, sondern eher so 20 Uhr, der Start. Der ist ein bisschen wild mit seinen Timings. Hm-mm. Hm. Aber dann muss Tolkien anpassen, weil er nicht zu spät. Nee, wir können auch früher starten. Also ich bin auch völlig bereit, früher zu starten. Klar. Hm-mm. Kein W mehr gekriegt. Ich hab noch versucht, zu den Minions zu heilen, um Navori-Proc zu bekommen, aber leider nicht ganz geschafft. Hm-mm. Ich brauch einfach mal in der Gruppe. Hm-mm. Wir machen gerade echt sehr viel Unfug, würde ich sagen. Also wir können das Game jetzt noch verlieren. Was denn? Guys. Please. Group S5 and end. Hm-mm. I'm last for. Don't please. A slit throat is too painless. Oh my god. Werfen die jetzt ein 100% free win weg, oder was? Es ist nicht mehr 100%, aber... Warum ist er denn jetzt sauer auf mich? Alter, ist das schlimm, äh? Ist das schlimm gerade, äh? Jetzt müssen wir fünf Mitte runterrennen, anstatt dass ich noch zu meinem Lord Dominic gehen darf. Wie sollen wir denn hier Mitte... Also hier ist doch nichts. Was sollen wir denn hier machen? Oh. Oh. Hä? Hm. Komm nicht, dass wir... Also, ich meine, wir können noch nicht enden, aber, man... Haben wir gerade die Base geöffnet. Wollen wir denn wirklich probieren? Das ist halt Potential Game Lose, ne? Wollen wir denn mit Blöd? Wollen wir denn mit Blöd? Oh, zum Glück habe ich nichts mit D geschrieben gerade. Ich habe... Sonst war ich nicht im... Chat. Boah, ey. Das ist schon wieder eins zum Gruseln hier, ne? Hm. Das ist schon... Das ist schon wieder wild. Nein, der nächste Form wird durchgehen, ne? Okay, 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 okay. 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 Okay, okay. Promos. Es gibt keine Grandmaster Promos. Wie kannst du denn den Grandmaster Promos sein? Schnell wie Drakeschmann, ja. Alter, der ist so strong, dieser Hegeräum, ja. Ich weiß nicht, die, die... Stop. Den? Ist der Mobius oder was? Warum ist der so viel schneller als mehr? Ich glaube, der holt ihn ein und dann müssen wir danach für den Drill gehen. Den Drill planten. Warten hoch. Gehen wir das noch einmal dürfen. Nächster Halt ist Kollektore. Tatsächlich, die Triss ist mittlerweile so fett. Die kann auch hier nochmal Carrying jetzt. die Gratis nicht mehr. Ich weiß nicht, das war schon so... Ich weiß nicht, die ich bin. Heimlich ist ein Blender. Der Drill ist der Bruder. Der Drill ist der Bruder... Wir, was wollt ihr denn hier machen? Alter, die Gegner sind zum Glück noch beschissener, ne? Jetzt haben wir actually gewonnen mit der Mitte. Wir laufen alle gleichzeitig in die Mitte. Bläh. Wir haben actually gewonnen. Ich kann es nicht glauben. Wir haben einen Kennenman, der reicht uns. Wenn die Gegner nicht inten, die Triss hätte einfach top durchpushen müssen, die hätten nur nicht fighten müssen, wäre Game Over gewesen. Ey. Wow. Hm? Was? 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 Ich muss das währenddessen mit der Wind Challenge jetzt mal ganz kurz das koordinieren, weil wir haben jetzt natürlich zwei Sachen, ne? Also wir haben praktisch Micky, der heute bis irgendwann in die Früh Elden Ring gespielt hat, der dann einfach geschrieben hat, ey, starten wir doch zwei Stunden später. und auf der anderen Seite haben wir Tolkien, der praktisch, ähm, der praktisch, ähm, der praktisch ähm, der praktisch nicht zu spät werden möchte. Ähm, wir waren glaube ich noch eins hier auf dem Toplane-Account und schnell die 300, würde ich sagen. Äh, der möchte nicht, dass zu spät wird und möchte, dass Spiele gestrichen werden jetzt. Oh, die shit, das geht mal schnell. Danke an NoLifer für den Support. Willkommen, willkommen. Ist aber auch frech von Micky einfach zwei Stunden zu verschieben. Ja, bei Micky musst du immer damit rechnen. Also wenn dir Micky irgendeine Zeit sagt, musst du einfach immer drei, äh, zwei bis drei Stunden draufschlagen. Das ist, äh, das ist Micky. Also der, der ist sehr, wie nennt man das? Ähm, da ist, äh, also Pünktlichkeit ist keine Tugend für ihn. Ähm. Äh. Aber, ich mein, es ist halt, also, in der Regel, ne, also bei mir ist es halt so, dann ist mir ja eigentlich wurscht, ne, auf zwei, drei Stunden Verschiebung. Ich mein, ich kann das jetzt bei Tolkien verstehen. Vielleicht hätte er eine Pause gebraucht einfach. Er hätte ja einfach eine Pause zwischendrin machen können. Dann hätte er seinen, seinen Korea-Cast machen können, ein bisschen Solo-Cue, eine Pause und dann Wind-Challenge halt. Aber kann ich verstehen, dass er das auch nicht möchte. Jetzt am Stück ist halt schon hart dann, ne. Äh, äh. Nur, dass für ihn normal ist, sollte man das nicht tolerieren. Weißt du, im Gaming-Bereich ist das tatsächlich völlig normal. Also im Influencer-Bereich, dass solche, solche Sachen passieren. Dass er so aufgeschoben wird, das ist ganz normal, leider. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Ja, wenn der Mickey so unzuverlässig ist. Ja gut, am Ende des Tages geht's halt um zwei Stunden, weißt du. Äh, Tupperware. Zwei Stunden sind halt eigentlich für, also, das ist halt völlig egal eigentlich, ne. Du hast halt keine festen Zeitlinien. Aber bei, bei Tolkien war es halt heute so, dass er zwei feste Zeiten hatte. Und die eine davon war um 8 Uhr in der Früh und die andere ist um 16 Uhr für ihn geplant gewesen. Und dann ist es natürlich schwierig für Tolkien, ne. Dann ist es natürlich schwierig für Tolkien. Weil du, also er, er, wir haben ja als, als Influencer hast du halt sehr wenig so feste Punkte. Äh, äh. Warum ist ein Wind weniger und fertig? Ja, ja. Also da sind wir gerade, ich, ich hab jetzt vorgeschlagen, entweder Valorant zu cutten. Oder das wird einfach früher ohne Mickey anfangen. Da hat er halt Pech gehabt. Darf er danach dann nachholen. Das wär für mich auch okay. Äh, äh. Das wär für mich auch okay. Lass uns mal drunter die Relia spielen hier. Ganz klar. Die Gute. Äh, äh. Ja. Pro Builds Irelia. Jetzt schauen wir mal her. Äh, äh. Agree. So, man spielt die mit Conqueror nach wie vor. Aha. Ich glaube, ich spiele die Noob-Variante aber. Also normalerweise würde man, glaube ich, mittlerweile mit Inspiration Second spielen. Aber, äh, ja, ne. Ich nicht. Die Frage ist, braucht man Presence of Mind? Ja. Hm. Der wird schon passen, so, oder? Titel muss noch angepasst werden. Oh, danke dir. Du hast völlig recht, ja. Aber noch ein zweites Game. Top Lane. Hoffen, dass wir die 300 LP knacken. Oh, das ist Gwen top. Gegen Gwen will ich tatsächlich schon, will ich Inspiration Second? Äh. Äh. Was hat jemand gedocht? Hm. Hm, hm, hm. Hm. Kommst du mir nach Portugal? Dann hast du eine Stunde weniger. Ist nicht Micky schon in Portugal? Wie ist denn da gerade die Zeitzone? Vielleicht ist er deswegen immer zu spät. So. Hm. Gut, jetzt gehen wir aber mal vom Influencer weg und zum Menschen hin. Und wenn Menschen mit einem geplanten Tagesablauf sind zwei Stunden viel, egal welche Berufung. Ja, ich bin da voll bei euch, ne. Ich bin halt, also, das gewöhnt mittlerweile, dass halt Influencer sind immer sehr unzuverlässig. Mich inklusive. Ich bin auch gerne mal zu spät. Also, ich versuche halt, also maximal fünf Minuten zu spät zu sein, ne. Da ist zwei Stunden schon noch ein Fakt bei, aber auch fünf Minuten ist sehr unhöflich eigentlich. Das ist was, an dem ich versuche zu arbeiten. Dass ich, äh, dass ich ein bisschen pünktlicher bin. Aber das ist gar nicht so, das ist gar nicht so einfach. Also, da, äh, pünktlich zu sein ist gar nicht so einfach. Weil, zum Beispiel, wenn du jetzt Leakstreamer bist, wie ich, das Problem ist, es ist so schwierig abzuschätzen, wann du fertig bist. Wisst ihr, ja? Das ist das große Problem. Diese Abschätzung, wann bin ich fertig, weil alle Games sind unterschiedlich. Und du kannst das halt, du kannst halt nicht genau sagen, das geht jetzt so und so lang. Na, es ist so schwierig in der Planbarkeit, finde ich. Mhm. Ich fühle, bin auch leider richtig unpünktlich. Ja, wie gesagt, das ist was, woran ich arbeite, aber ich, manchmal sind einem gefühlt die Hände gebunden. Wenn du Leak als Ausgangsspiel hast. Hm, Street Game TV. Viele lieben Dank für den Support. Da muss man sich Puffer nehmen. Ja gut, aber bei den meisten Sachen, verstehst du, ist es ja wichtig, dass sich praktisch der Stream mitkommt. Das heißt, du musst praktisch noch irgendwas Interessantes machen, damit die Zuschauer auch zuschauen und nicht einfach eine 20 oder 30 Minuten AFK gehen. Das heißt, du musst schon irgendwas machen. Weil das ist halt sehr, sehr wichtig, dass irgendein Content läuft, damit die Leute bleiben. Dass es dann ins andere übergeht. Und das sorgt meistens dafür, dass es halt dann Probleme gibt beim Übergang. Ein Game früher aufhören und einen Aram spielen. Ja klar, aber Viewer Aram ist sehr unpraktisch, ne? Weil du verlierst Zeit für einen Viewer Aram, verlierst du ungefähr 20% deiner Zuschauer. Oh, ich muss picken. Hups. Äh, will jemand stoppen? Gangblick? Okay. So. Danke an Name für den Support. Einen Viewer wundervollen wünsche ich. Willkommen, willkommen. Für Unmöglichkeit, beziehungsweise versprochene Termine gibt es wenig Ausreden, die zählen. Ich finde tatsächlich, ich würde das nicht so hart nehmen. Das kommt immer darauf an, was für Termine das sind. Findet ihr, wenn sich jetzt vier Kollegen zusammensetzen und für einen Spieleabend verabreden praktisch, wo sie halt eine Windchallenge machen, finde ich, ist es schon völlig in Ordnung, wenn die Leute zu unterschiedlichen Zeiten um diesen Zeitpunkt eintrudeln. Ich finde nicht, dass das dann so hart zu sehen ist, ehrlicherweise. Hm, hm. Ich meine, natürlich ist es ein Unterschied, wenn du halt bei jemandem immer zwei, drei Stunden einpreisen musst, ne? Aber ich finde, wenn du dich jetzt zum Zocken verabredest, dass da mal zehn Minuten hin oder her gehen, ist völlig egal. Das ist legit völlig egal. Ja. Am Ende ist Tolkien wieder der Lacher, obwohl er nicht den Fehler gemacht hat. Na gut, er hätte auch einfach eine Pause machen können. Er hätte ja nicht zehn Stunden am Stück streamen müssen. So, weil die, 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 also, ich meine, weil die, die zwei Stunden machen ja eigentlich, also, gleichen ja, das Spiel, das wegfällt nicht aus, ne? Aber natürlich, ich bin da auch auf Tolkiens Seite, deswegen würde ich ja auch vorschlagen, dass wir einfach halt ohne Micky davor anfangen. Und wenn er nicht da ist, hat er halt Pech gehabt, fangen wir halt um 16 Uhr an. Und Tolkien hätte, ja genau, Micky hätte auch nicht bis zehn in der Früh streamen müssen, die Pfeife, ey. Das ist, da geht's, also, ne, da bin ich schon eher auf Tolkiens Seite, klar. Hm. Hm. Abgemacht ist abgemacht. Klaus, 42, Chirurg. Na, ich finde, bei persönlichen Sachen und Geschäftsmeeting ist es sehr wichtig, pünktlich zu sein, tatsächlich. Das sind wir auch, das ist einfach ein Zeichen von Respekt, aber wenn, wenn du halt so lose, ich bin da vielleicht ein bisschen soft, aber ich hab auch schon sehr viel miterlebt. Aber wenn du dich mit Streamern zusammensetzt, ich hab das eigentlich fast noch nie erlebt, dass es pünktlich losgeht. So, und ich finde das auch persönlich nicht schlimm, wenn es sich in einem Rahmen bewegt. Ich finde es persönlich nicht schlimm. Hey, Joghurt-Styles, vielen lieben Dank für den Support. Hm, hm. Micky, Micky ist ein Lieber, aber er ist ein sehr chaotischer, ja. Er ist sehr chaotisch und er ist ein bisschen unzuverlässig, wenn es um solche Streamsachen geht. Das ist er, ja. So. Und weil du zu 80% derjenige bist, der zu spät kommt, sagst du, hm? Hm, das stimmt doch gar nicht. Ich hab echt an mir gearbeitet. Ich komm viel pünktlicher mittlerweile. Ich bin echt sehr bemüht. Ich schieb jetzt mittlerweile auch immer mal Arams ein. Vor meinen, vor meinen Sachen. Ich bin stets bemüht, Twitchit. Danke an Niyarik und der Porukami. Okay, vielen lieben Dank für den Support. Für dich ist es eben auch egal, weil du eh ab Nachmittags bis in die Früh immer streamst. Und kaum mehr als ein Event am Tag machst. Ja, wer macht denn mehr als ein Event am Tag? Also regelmäßig. Das ist ja auch einfach dumm. Danke an Jupur für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Genauso wie der Dead Ghost ist mit dabei. Einen traumhaften Windisch, wünsche ich. Ja. Zwei Stunden ist kein Rahmen, sondern Disrespect gegenüber den anderen. Leute, ich glaube, ihr habt einfach... Also wahrscheinlich seid ihr selber nicht in der Streamer-Bubble. Ich wurde auch schon mal um fünf Tage versetzt. Du musst mit allem rechnen. Wenn du networken willst, wenn du mit anderen was machen willst, wir sind alle... Also die meisten von uns sind absolut gute Chaoten und Termine kommen dazwischen und Sachen sind nicht richtig durchdacht und so. Das ist also mit Influencern zusammen ist immer drunter und drüber, wisst ihr, ja? Fünf Tage. Ja, fünf Tage. Ganz normal. Alles easy. Da muss man entspannt rangehen. Ich finde auch, dass also in anderen Bereichen des Lebens, da sollte diese Professionalität gewahrt sein. Und man sollte halt pünktlich sein. Aber ich bin da bei so Influencer-Sachen, da muss man einfach damit rechnen. Da muss man einfach damit rechnen. Und weil es normal ist, ist es nicht okay. Hat ja irgendwie auch ein bisschen Scham, so dieses chaotisch sein. Das ist ja auch irgendwie was Schönes. Das ist halt eigentlich der... Das ist der zweitbeste Timo, ihr wisst, ne? Nach Elen. Hm, hm. Reflection and suddenly it changes. Hm? Der Tankmo? Ich habe keine Ahnung, was der geht, aber der ist sehr, sehr gut, leider. Der wird mich doch nicht die Wave farmen lassen, ne? Du hast doch schlecht gelassen. Der steht da vorne an ihr könnt. Ne, ist mitte gerummt. Ja, ja, um. Eine Frage, die durchklingt, aber was entscheidet gute Timos von richtig guten Timos? Wie oft sie dich hitten und wie sehr sie dich punishen auf der Land? Würde ich sagen als Antwort. Also, gute Timos geben dir halt keine Luft zum Atmen und bauen große Leads auf. Tests, Leads und Co. Danke an Assassinen für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Wirklich was Sympathisches. Ich glaube, ihr seht das alle auch ein bisschen eng. Muss ich sagen. Aber ja, ich bin auch voll bei Tolkien. Also, wenn Tolkien da was adaptieren möchte, ne, wenn er irgendwie die, 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 die Game-Anliste... Okay. Okay, okay, okay. Also, so wie es aussieht, fangen wir jetzt 16 Uhr einfach an. Ohne Miki dann. Und dann fangen wir einfach an und dann können wir die ganze Spieleliste durcharbeiten, wie geplant. Ich glaube, das ist eine elegante Lösung, ne? Da kann wirklich einfach dazukommen, sobald er soweit ist. Das ist ein bisschen einfacher ohne Miki. Good shit, ja. Das ist so geil, vor allem, wenn du die Sense River dann hast. Das ist jedes Mal ein Highlight der Gefühle. Dicke. Hm, noch mal ein Wesen. Wann habe ich denn einen Lasseter gedoppt? Hm, danke an Archiville für den Support. Hm. Okay, Cookies verkaufen, damit wir uns noch Goalfield holen können. Das gute alte Goalfield. Sieht aber sehr gut aus hier. Well done. Well done, Boys. Let's go. Und Ocean Drake, der beste Drake gegen Team Horn auch noch. Kann ein Bevel zwei Schienencharges auslösen? Nein. Influencer haben mir die meiste Wartezeit in meinem Leben beschert. Oh ja, Daniel, du wirst es alles drüber wissen. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass das für Leute, die nicht in dem Influencer-Bereich sind, sehr blöd wirken muss und auch sehr unangenehm. Aber ja, er ist wie sie ist. Man muss sich auf gewisse Sachen einstellen. Das ist halt auch alles sehr, 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 sehr schnell und Dinge verändern sich sehr, 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 sehr schnell. Scheiße, das hat gut gemacht. Ich habe das Ding noch gedodged, ne? Seinen Schroom. Und habe das Barrel gekriegt, aber leider mit dem Seekers First konnte er tanken. My bad. Timo hat auch noch Flash. Er hat nur keinen Ignite. Aber gut von ihm, leider. Häng ihn aus der Schraubung. Hm-mm. Die Sache ist, ich glaube, das ist jetzt eine sehr elegante Lösung, weil Micky kann dann einfach am Ende von der Challenge kann er alles, was er verpasst hat, alleine noch nachholen. Und wenn wir mit League anfangen, dann können sich Mickys Zuschauer auf ein Solo-Back-for-Back von Micky freuen, in der Früh. Das ist dann Bestrafung genug, glaube ich. Dann merkt er sich in Zukunft, dass er pünktlich kommen sollte. Das wird er le... Das wird ihn lehren, Leute. Was? Ohh... Betroffen. Nein, das ist immerhin... Leider verliere ich eine... eine Riesenwave um. Ich kann jetzt Essenz rüber dann holen. 100% elegant. Das ist actually jetzt, desto mehr ich drüber nachdenke, desto eleganter finde ich die Lösung, ehrlicherweise. Gilt es dann als nicht geschafft? Genau, für ihn gilt es als nicht geschafft. Das heißt, er muss es dann noch nachholen hinten raus, ja. Für ihn gilt es als nicht geschafft, dann. Hast du schon T1 getroffen? Nee, immer noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das sein kann, dass ich den nie erwische. Ich verstehe es legit nicht. Ich habe ihn noch nie erwischt bis jetzt. Jetzt mittlerweile, wir wollen einfach nur defensiv halt die die Wave farmen. Und ansonsten müssen wir nichts mehr machen. Dann einfach scale damit. Der hat Swifties, der hat einen CSA. Der ist eigentlich sehr viel stärker, als wir jetzt haben. Das ist einfach nichts zu machen, ja. Was für amerikanisches Streamer hattest du denn schon? Tatsächlich hatte ich bis jetzt nur den Victor Streamer dann. Ich glaube, wir hatten einmal The Peppel. Das ist, glaube ich, Solar Bacca ist das, glaube ich. Das Matchup ist aber GP favored, oder? Ich glaube, tatsächlich, wenn du richtig adaptierst, die richtigen Runen hast, dann ist es für Timo tatsächlich im Early schon auf der Lane sehr eklig. Also für GP und dann später natürlich immer GP favored, klar. Aber der macht es gut, ne? Also der spielt schön mit den Cheezers. Ja, ich darf jetzt hier auch wieder nicht vorgehen. Okay, jetzt wissen wir, wo er ist. Aber ansonsten hätte ich nicht vorgehen dürfen. Wir versuchen einfach nur, unseren Turret zu schielen, so viel wie es geht. Hey, danke an Ponte für den supporter Hauptsinn, dass ihr mit dabei bist, werte Ponte. Kannst du das Konzept der Windchallenge mal erklären? Ja, die Windchallenge ist ein Format, wo eine Gruppe von Streamern sich zusammensetzt und einem eine Liste von Spielen abarbeitet und versucht, die an einem Block zu schaffen. Das heißt zum Beispiel, was wir uns jetzt vorgenommen haben, für heute ist dann zum Beispiel, dass du in PUBG in Wind brauchst und in League brauchst du Wins und in Valorant und in was weiß ich nicht alle, ne? Und dann, ähm, und wenn du praktisch, du kannst dann immer auf der Liste abhaken, sobald du, sobald du was fertig hast. Und, äh, sobald du alles fertig hast, darfst du den Stream ausmachen. Das ist die Idee dahinter. Das ist heute, äh, wir machen heute ne kleine, ja. Wir machen heute ne kleine. Ja, nur ne kleine. Ich hab aber ne Ult verfehlt. Na, wie ihr seht, wie ihr das jetzt spielen wollt mit GP zu dem Zeitpunkt, wie lame ihr das einfach spielen könnt und einfach immer nur Waves klären mit euren Böbels und nichts machen. Erstmal die Basic, Unreachable, der Botron und Thomas, nein, vielen lieben Dank. Und jetzt können wir basen, können uns unser Upgrade holen. Und dann porten wir auf die Topland. Wir haben auch keine einzige Platte verloren, weil die Platte konnte ja nicht scheren, die eine, die gefallen ist. Geh wieder nach oben. Mensch, man ist ein Hacker-Abuser. Findet ihr den Hack, dass Hacker ein Abuse-Champion ist? Ich meine, du musst schon wissen, was du mit dem machst und so wollen. Also es ist ja komplett nutzlos gefühlt. Wir haben zwei Drakes hier. Wir haben eine starke Borderlane hier. Wir haben einen gut farbenden GP, aber tatsächlich ist der, 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 der Dings hat komplett perfekte CS, ne? hier, wer ist der? Timo. Ich glaube, ich kann auch immer noch nicht vorgehen gegen ihn. Wenn ein Timo pusht, dann lässt er ja noch eine Triwet fahren. Ist das nicht schlecht? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, das ist sehr, 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 sehr schlecht von ihm. Was ist das? Na, ich glaube, der jetzt ist er nicht mehr da, oder? Ne, jetzt hier bin ich sehr traurig. Wir haben ihn jetzt dann raus, sonst darf er uns die Bellweth. Ich werde für den Herald gehen hier. Shit. Und den Top Turret. Jungle Abuser sind schon delusional. I mean, Ardicavary ist besser als Jungle in der Edo. Auf jeden Fall. Also, ich würde da nicht von Jungle Abusern sprechen. Ardicavary ist die stärkste Rolle in dem Edo-Bereich bei Farmen. Wesentlich besser als Jungle. So. Hier nach oben. Wir brauchen relativ bald unsere Dings noch. Unser Shield Ball. Und Level 13. Und dann können wir vielleicht endlich gegen den komischen Timo trainen. Ist da hinten gerade in was gegangen, ne? Oh, der war schon base für die Andres. Der ist tatsächlich wesentlich stärker als wir gerade. Ardicavary Player sind Shambles. Naja, nur weil Ardicavary in hoher Elo broken ist, bedeutet es ja nicht, dass hier ein niedriger Elo broken ist. Das ist ja auch was, was die Leute immer, die Leute sind sehr sauer auf mich, wenn ich das sage. Ich sage ja nicht, dass Ardicavary in Silber broken ist. Das weiß ich ja einfach nicht. Da gerade bei T1 reingeschaut. Er verliert nur, Rage nur und sein Chat lacht ihn aus. Ja, T1 hat tatsächlich eine sehr, sehr schlechte Zeit gerade in der EU-Solo-Q. Der ist extrem hardstuck. Er hat große, große Probleme zu climbten. Die muss nicht laden. Kann der wählen. Wir haben Vorteil. 4-W-5-Fight. Beats mit der Drax will das sein. Ja, das war's. Das wäre ein wichtiger Win, dann sind wir 300 AP auf dem Top-Lane-Account. Das wäre huge für uns. Das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr bitter ist, wenn du dich über einen Server lustig machst und dann bist du komplett gesmackt von dem Server, weil dann wird der Chat dich jetzt wissen lassen, das ist ein Streamer, das ist nicht, was ihr haben wollt, kann ich euch sagen, aus persönlicher Erfahrung, das ist nicht, was ihr haben wollt. Das hatte ich bei dem einen NA-Projekt, hatte ich auch einen so schlechten Tag, da bist du dann auch gut ausgelacht und natürlich auch zu Recht, muss man sagen, wenn du eine Kessel-Lippe riskierst und dann auf die Fresse kriegst, das ist genauso wie ich gerade im Jungle, da kann man sich auch ein bisschen drüber lustig machen, dass ich da so mit ein bisschen strauche. Dann willst du noch hart pushen hier und dann gehen wir immer zurück. Dann kommt heute Wind-Challenge, ja, also wir machen das Game, dann machen wir noch eins und dann kommt Wind-Challenge. Das ist jetzt genau wieder das, was ich meine, wenn dieses Game vorbei ist, wird es 15.40 sein. So. Jetzt aus meiner Erfahrung wird die Wind-Challenge nie pünktlich um 16 Uhr starten. Mach ich jetzt einen Aram, damit ich pünktlich bin oder mach ich noch ein Solo-Q-Game, weil ich weiß, dass andere nicht pünktlich sind? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Wahrscheinlich muss ich einen Aram machen. Aber ich würde gerne Solo-Q machen, natürlich. Wir haben nicht den Nage bekommen, bitte. Okay, jetzt lass uns erstmal hier aufs Game konzentrieren. Warum bin ich nicht am Worn hinein? Wir sind jetzt in Level 13 Gankplank. Das heißt, wir können jetzt richtig reinfahren. M-m-m. Kommt der da raus? Ja, wir gehen einfach für den Aram dann. Er geht so. Oh, aber wir sind so viel an Plus machen. Das Tyler-Wodden-Projekt mal wieder. Können die weiter reingehen? Kann ich nicht begehen, oder? Ja, 1-1 ist jetzt nicht so krass. Nee, ist nicht so krass, aber dieses Game sieht auch sehr gut aus, weißt du? Und dann wäre es ein 2-1 und ich habe noch so viel LP zu gainen und ich fühle mich gerade richtig wohl. Oh, schade. Glaubst du, du könntest, wenn du wolltest, auf jeder Lane Challenger werden? Ja, weißt du, das probiere ich ja gerade. Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Ich hoffe, aber es ist, also, es wird auf jeden Fall sehr schwer. Davon kannst du ausgehen, ja. Hm? Jetzt hat Szenen nochmal was in die Gruppe geschrieben. Das verstehe ich aber gar nicht, was der schreibt. One Soul, Two Faces. Viele lieben Dank für den Support. Dann ist es vielleicht ganz gut, weil der Timo wird gerade den Nash-Stromen. Den Drake. Das heißt, die Trade in Drake. Dann für Nash ist es eigentlich ein sehr, sehr guter Call. Was wir machen, war... Das heißt, wir machen was. Let's go. Okay. Jetzt kriegen wir Seele auch noch oben drauf, so wie es aussieht. Er hat gar nicht hier geschoben. Was macht denn dieser Timo? Außer Farmen. Lebt keiner, na? Können wir einfach nehmen. Geht mir aber das Barrel für den Nash hat auch nicht, dass ich Xyron gesteilt. Das. Dann machen wir uns unseren Shieldbow. Verplayed, verplayed schreiben. Nehmen wir uns das hier mit. Noch Critcloth. Ab dafür, ab dafür. Was ist aus deiner Sicht am schwersten... Was? Was ist aus deiner Sicht am schwersten Challenger zu werden? Für mich? Sieht's aktuell nach. Support und Jungle sind aktuell meine Problembären. Support und Jungle. Da sehe ich ganz, ganz große Schwierigkeiten bei mir. Weil auf Support habe ich das große Problem, dass ich mich sehr langweile auf der Rolle. Und dann extrem oft unnötig versuche, Plays zu forcieren. Aber ich habe eine enebelnde Rolle. Und ich sollte nicht die Person sein, die diese Plays initiiert. Und damit habe ich sehr, sehr viele Fehlermöglichkeiten. Also das ist auf Support das Problem. Und im Jungle, ich bin einfach nicht gut. Also entweder ich werde jedes Game geghostet, oder ich bin einfach nicht gut im Jungle. Also das war ein Mathe, ich kann nicht gut im Hintergrund. Ich bin ein Winters, aber es ist ein Team für einen Glat. Ich bin ein 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 Glat. ein saftiges Böbel hinten rein ein saftiges Böbel hinten rein die eine Chance haben wir noch für einen Wundpart gleich, ich sollte wahrscheinlich einfach keinen Wundpart machen aber Timo hat eine gute Lane gespielt aber Timo leider natürlich im späteren Bereich, deswegen ist Gangplink sehr sehr gut, im späteren Bereich gegen Timo, weil er halt diese kurze Range so gut punishen kann von ihm ist hier nicht smart auch Sweeper zu holen für den Timo das wäre smart gewesen, aber das Game war einfach over unser Jungler hat sehr sehr gut gespielt hat unsere Botlane enabled, das hat er extrem gut gemacht und die Botlane konnte dann später natürlich übernehmen also Jinx, Rakan, die haben dann sehr sehr viele Möglichkeiten rausgespielt alright, damit stehen wir 2 zu 1 meine Damen und Herren und wir haben den Toplane Account in Position gebracht die MMR steht auch noch stabil plus 30, sehr sehr gut 300 LP jetzt schon das kann sich schon sehen lassen jetzt machen wir einen Viewer Aram und warten auf die Wind Challenge damit wir schön pünktlich sind 24 Minütchen her rein ins nächste Genso ne, wenn ich jetzt also alleine für Champ Select und Q brauche ich 10 Minuten dann habe ich 15 Minuten fürs Game das heißt ich wäre auf jeden Fall zu spät ich arbeite jetzt an mir wir arbeiten jetzt zusammen an unserer Pünktlichkeit Twitch Chat, ihr und ich wir sind ab jetzt pünktlich sind wir ab jetzt, ok ok, wir das Passwort ist 77777777 ist das Passwort ok, treten sie ein danke an VreshTV für den Support einen wundervollen willkommen, willkommen das ging immer schneller willkommen Team hoffen wir auf gute Champions bitte du meinst ja man soll die Champions spielen die einem Spaß machen aber was wenn die Champion bad sind zum Beispiel Quinn das ist völlig egal ob der Champion bad ist du kannst mit jedem Champion erfolgreich sein und ich muss dir leider also das zeige ich dir jetzt einfach so ne, setz dich am besten kurz hin dafür tatsächlich ist Quinn nicht schlecht das ist einer der besseren OTP Champions ähm, wer schlecht ist bist du aktuell und daran kannst du arbeiten daran kannst du feilen da kannst du besser werden und dann wirst du ein riesen Improvement sehen hey Trinity nochmal mit dem Abo viele lieben dank dir so ok Wind Challenge mit Mickey Tolkien und Sane ab 16 Uhr sehr alright und darauf warten wir jetzt noch kurz ich glaube wir sollten auch mit League direkt starten ich finde die Idee so ingenious ne wie sieht aktuell deine Tagesroutine aus ähm ne also heute ich bin aufgestanden dann habe ich auf die Uhr geguckt dann habe ich Panik bekommen dann bin ich auf äh weil ich weil ich verschlafen hatte weil ich wollte eigentlich ab 12 Stunden anfangen dann habe ich Twitch geöffnet dann habe ich kurz Twitch geschaut und mir ein Müsli reingehauen äh habe ein Gnar-Game von Tolkien angeguckt und dann äh danach bin ich zum PC und habe den PC angemacht und seitdem stream ich das basically so happy lonely viele lieben neigt ihr für den Support auf ja trau dich doch komm mein Team ist bereit dich zu crashen Bull äh trau dich nur oh der Galio-Tornt der 5-Mann-Galio-Tornt irgendwie kann man jetzt nicht so viel Damage bei rum wie ich gehofft hatte aggressiv anspielen hier alles hast du in deiner Freizeit auch andere Streamer als League-Only-Streamer äh klar also ich bin äh Platinum-Subscriber bei Amorant und Pokémain äh die machen so guten Gaming-Content so äh wo waren wir still oh in einem Spiel ähm ne ich schaue äh Hikara Hikaru Nakamura sorry der Name ist äh leider äh schwierig für mich aber Hikaru Nakamura schaue ich in meiner Freizeit und Gotham Chess Nakamura ist ja jetzt leider von Tick aufgekauft worden das heißt dann werde ich wahrscheinlich nur noch Gotham Chess schauen in Zukunft naja das ist Non-Leak boah das war First Blood Relay das hat aber lange gedauert und wieder der Viermann taunt noch einer und noch einer Hikaru Streamt auf beiden Plattformen das stimmt ja das recht du hast natürlich recht Hikaru by Kick ja ne der hat also der hat keinen ich glaube das ist nicht ganz exklusiv sondern das ist so dass er auf beiden Plattformen sein darf irgendwie irgendwas in die Richtung das stimmt schon äh da hat er aus dem Chat reicht äh wen schaue ich sonst noch an Streamer technisch ich schaue LEC LCS LCK immer mal gerne dann äh Ilotrix habe ich jetzt bei Elden Ring relativ viel zugeguckt tatsächlich ähm das ist ein Non-Leak Streamer wen habe ich denn noch wen habe ich denn noch ich habe bei der letzten Wind Challenge von Miki zugeguckt weil die war relativ lustig weil sie einfach komplett auf die Fresse gekriegt haben und die ganze Zeit geweint haben hat richtig Spaß gemacht als Zuschauer die war mit ich glaube mit Elias N und mit Rohat und so war die also so eine größere aus Zuschauerperspektive war das ganz große Klasse ja nicht auf mich warum denn alle auf mich oh was ne Bombo ey oh die shit was ne Bombo ey ich hab äh Bröki ein bisschen bei Schach äh bei Zugzweigenturnier hab ich Bröki zugeguckt ich hab äh versucht Maxim zuzuschauen bei Mesh Album oder so heißt das das ist so ein so ein so ein wie kann man das nennen das ist so ein Spiel wo du praktisch äh so 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 Roboter und Mix beschwörst und versuchst halt rundenbasiert gegnerische Gebäude zu zerstören kann man das so beschreiben nicht nicht gegnerische Gebäude zerstören sondern du hast dann immer so Kampfsituationen und dann hast du halt ein Livepool und je nachdem wie du abschneidest verlierst du halt ein Livepool ein Autobattler ja ist wie ein Autobattler stimmt recht Mesh Abelum ja irgendwie so Mesh Abelum Mesh Belum irgendwie sowas was kaufe ich Full Tanksion du gibst Hardsteel würde der Chit Chat jetzt sagen welches Item außer Hardsteel kann sein ansonsten was ich am liebsten gucke was Non-Leak ist ist Games Done Trick die machen so Speed Speedruns machen die machen Speedruns aber die sind leider nicht immer aber wenn die ihre großen Marathon sind also richtig voll ansonsten gucke ich auch gerne die LCS das kann man ja auch kein League of Legends nennen was die da spielen ist ja auch mehr so Hello Kitty Online Adventure oder so ich hab noch geflasht die älter die älter Baboon oh der Vigo down okay aber jetzt langsam sollte ich stark sein wenn wir jetzt dann noch ähm wir brauchen noch Riven ist wahrscheinlich hier ne für ein bisschen Lifestyle aktuell nicht so viel Schaden schon wieder so low wir brauchen auf jeden Fall wir brauchen auf jeden Fall Lifestyle gleich noch warum Aram damit ich nicht zu spät komme wir arbeiten jetzt zusammen an meinem Problem dass ich gerne mal zu spät komme ihr und ich das ist unser Plan für heute wir arbeiten an unseren Dämonen Bitchet ich habe ein Problem ich bin ein notorischer 5 Minuten zu spät kommer ich setze mir Termine und dann komme ich 5 Minuten zu spät krass ist eure Geschichte kommt ihr auch gerne 5 Minuten zu spät ich habe noch 30 Minuten aber das ist ein Viewer Aram das heißt wir können jederzeit abbrechen Selbsthilfe Gruppe die anonymen zu spät kommer das ist tatsächlich also zu spät kommen ist wirklich was was mittlerweile komplett normal ist ne und eigentlich ist das sehr 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 schade finde ich wir leben in einer Zeit in der zu spät kommen toleriert wird deswegen sind einer noch bekommen bei mir ist das nicht normal im Online-Bereich ist es normal also ich würde nicht sagen dass ich sehr zu spät komme zu Terminen ich würde sagen ich komme immer ein bisschen zu spät ich habe immer so ein bisschen Kulanz eingebaut so 5 Minuten halt aber was war das für ein Move äh geht mal lieber zurück sorry Leute aber wenn ich jetzt anfange mir selber einzureden dass die Termine 5 Minuten früher wären stellt euch das mal vor wenn ich mir das jetzt einreden würde dass die Termine 5 Minuten früher sind dann könnte ich doch diesen Hexen äh Dings äh hier ne dann könnte ich doch aus dieser aus dieser Dings ausbrechen immer so 5 Minuten ich habe immer so diese 5 Minuten halt aber das sollte ich mir schon abgewöhnen also ich bin da voll bei euch ich sollte mir das abgewöhnen vor dracke der Arab Penta let's go danke ne ja und klar ne tatsächlich wollte der schon rennen ne aber der Sion hat ihn eingeholt ja oder vielleicht wollte es auch geben ich glaube er wollte rennen ich glaube er ist einer von den fiesen die Penta die naja Leute die das Spiel korrekt spielen wollen widerlich sowas ich finde Schiff ich meine Ezra ist auch sehr 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 stark muss man sagen ne genauso wie die Kayle hier sehr 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 stark ist später ich kann jetzt vielleicht auch endlich mal den ersten Turret hier nehmen wir nennen wie sie mich alle wollen wie sie mich alle wollen die Streets dieser der wird mich kriegen auch das werde ich nicht überleben oh man danke an Bernd Putzda der coole Jeff ist mit dabei viele lieben danke ich leider schön dass ihr mit dabei seid wünsche euch eine ganz schöne Zeit so jetzt brauchen wir als nächstes Rildas und dann Revenous ich weiß aber nicht ob man so weit kommt im Ara mit den Items also ich glaube viel mehr wird man nicht bekommen wir brauchen auf jeden Fall Rildas weil die so tanky sind die Boys wir könnten vielleicht sogar Lord Dominic auch gehen zu dem Zeitpunkt also wir sind jetzt halt so strong wird schon gesagt was Bestandteil der Challenge ich weiß es ehrlich gesagt nicht also muss ich ganz ehrlich sein ich weiß es einfach nicht was Bestandteil der Challenge ist das war ich muss ganz ehrlich sagen du hättest den einen Autor Tick auf mich wahrscheinlich noch machen sollen unter uns den hättest dir wahrscheinlich noch gönnen sollen den einen Autor Tick wir können jederzeit aufhören ich habe noch zehn Minuten also ihr wollt mir wieder helfen dieser Ticket womit habe ich euch nur verdient Twitch hätte ich doch flischen müssen also sagt jetzt mein Damage ist nicht so gut muss man sagen ist jetzt Seryl das besser oder Lord Dominix in dem Game gegen Orn Gnar Hikarim mit Tank Items mir hat das organisiert heute wir haben einfach lose mal drüber geredet dass wir mal wieder Bock hatten auf so eine kleine Challenge und dann habe ich gesagt ey super ich habe die ganze Woche teiler wunden ich oh oh my gosh Ich muss jetzt sterben hier tatsächlich, im optimalen Fall. Ansonsten können die auf dem nächsten Push halt enden, aber ich bin nicht full life. Also ich versuche jetzt hier zu sterben. Und ihr müsst dann einfach zurückgehen und halten, wenn es geht, bitte. Ich kann nicht sterben, weißt du? Nee, da können wir nicht. Ich kann auch mich noch hochhalten und ein bisschen poken. Mein Mensch ist echt sehr mickrig hier, dafür, dass ich so viel Item hast. Du hast Zane im Titel falsch geschrieben, habe ich? Oh ja, ein Y zu wenig, danke dir. Was jetzt? Ich kann ja schon mal... Discord oder TS, wo gehen die denn hin, die Kinders? Normalerweise gehen wir immer Discord. Was ist, Mikis Discord? Können wir ohne Miki in Mikis Discord gehen? Ist das erlaubt? Oh no, mach die Wave, mach die Wave, mach die Wave. Nice one. Oder Kiffi, die hast du? Können sie enden oder nicht? Ich stelle, sie können leider. Sie sind super tanky, die. Aber 15 Sekunden auf Kale, die brauchen lang. Wo ist die Wave? Oh, die ist schon da. Shit, ich glaube, dann können sie enden. Oh. Zu tanky. Ja, die sind leider immer ein bisschen zu tanky. Ich meine, jetzt hätte ich Lord Dominix. Und dann könnten wir halt auch noch Kraken gehen hier. Aber leider ist es vorbei bis dahin. Wirklich? Oh. Der finischt einfach, ne? Der Oli's Tryhards. Was ist das für Aram Tryhards hier, ey? Oi, 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 oi. Ja, perfekt pünktlich fertig, ne? Wow, fünf Minuten davor. Let's go! So, jetzt lassen wir uns einmal hier Discord aufmachen. Boah, bin ich stolz auf mich, ne? Most Damage in the Game, 300 EP. Wo sind wir denn jetzt hier mit dem Account eigentlich? Auf welchem Rank? Lassen wir das kurz einmal laden, weil den crasht jetzt eh. Dann gehen wir in den Discord hier. Da kann ich einfach rein. Okay, danke. Ich gehe jetzt einfach in Mickys Discord in den Live-Channel. So, findet mich. So, geil, ich freue mich auf die Challenge. Und ich freue mich auf dich, du Schokoschnütke-Schnittchen-Jahr. Wie fühlt es sich an, im Aram gegen die eine Community zu verlieren? Gut, sehr gut. Ich bin ein Enabler. Ich bin jemand, der aufbaut. Ich bin jemand, der die Leute runterhaut. Und viele Leute aktuell leiden darunter, dass sie immer und immer wieder runtergehauen werden. Aber ich bin anders. Ich bin für meine Community da. Hier, jetzt, aktiv. An erster Stelle. Wenn ich, ne, wenn ich absichtlich verlieren kann, um denen einen Platz an der Sonne zu bieten, dann bin ich der Erste, der es macht. Okay? So ist das nämlich, ja. Absichtlich verloren. Ganz genau. So, jetzt logge ich mich auf meinen Main-Account. Ich bin jetzt im Discord. Ich bin überall da. Ich bin überall ready, Leute. Es ist, es ist, es ist sehr, sehr geil. Also gleich auch schön verlieren für die Community. Nein. Dann laufen wir das mal schnell. In Discord. Und in League Online. Okay. Dann können wir jetzt langsam dazu trudeln. Währenddessen kann ich schon mal den Greenscreen aufbauen hier. Da können wir die Listerchen anmachen. Könnt ihr mich noch hören, wenn ich so weit weg vom Dings rede, vom Mikro? Hört ihr mich noch? Oder nicht mehr? Hört ihr mich noch oder nicht mehr? Wenn ich jetzt einmal hier rübergehe, jetzt mache ich einmal ganz kurzes Fenster auf. Das war es super. Das war's. Das war's. Ich bin immer noch. Ich bin immer noch nicht da. Meine haben auch schon gar nicht. Nie machen wir das, was ich jetzt machen. Ich bin da. Das war's. Ich bin da. Nein.